Liebe Kinder, die wir kennen, wenn ich erzähle euch eine freisierte Geschichte von anderen Albträumen. Wenn wir gehen, um 8 Uhr geht eine Zähneputze und danach ins Mädchen. Mama, Mama, ich kann ja schon was essen und ich bin in meinem Eindruck und trainieren. Hm, ich glaube, ich habe das noch gewaschen. Ich bringe es nicht schnell. Okay, danke. Hier hat er es. Danke. Und wenn er eben nicht schlafen kann. Okay, guten Abend. Immer noch schlafen. Oh, Frau Tüüü. Hier ist alles gut und da lege ich es jetzt hinein. Sie schafft mich ein und freust du. Und nach bist du. Meiner, wo bist du? Bring dir die Tochter. Meiner, Entschuldigung. Ich bin hier so Tochter. Nein. Tochter. Danke schön. Hier. Bring dir die Kinder an. Aber ich will. Tsch, 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 tsch. Hm. Schlangen ein und Kröten weg. Katzenauge, Eusten weg. Zünder mit. Perfekte Fleisch und Blut. Lass uns nicht mal seine Kunden. Aber natürlich, bringe ich ihm sofort die Kugel an. Hier. Was siehst du? Halt. 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 Lass uns doch... Halt. Mereit. Lass uns machen. Smir, heil ist ab. So war das für alle, diese Anada. Aber du bist gleich wieder lang. Meiner,46 auf dem Weg nach Hause zu sein weeks. den Donauhäusern. Donauhäusern, Donauhäusern. Bist du nicht versprochen, kannst du anders machen. Das ist mein Gott, das hast du wirklich super gemacht. Ich bringe es alle jetzt schnell zur höchsten Hexin hin. Brauch bist du, mein Mann. Ich schmeiße es mir in den Käfig. Wie hast du mich aber erschreckt? Wo? Ich bin meine Brüche Schützerin. Anna nicht mehr. Wie heißt denn, Frau Garnett? Anna. Sie ist bei der bösen Hexe eingeführt. Lass sie uns befreien. Ja, komm, schnell. Da ist sie. Da ist sie ja. Ich hole sie. Und ich hole sie. Ich hab's. Ich hab's. Nein. Nein. Ich hab's. Nein. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Sie hat mich in eine base.